Ich stelle die jetzt kaputt, wa? Ja gut, ich weich doch aus. Hab gewonnen. Ich will jetzt gleich auf die Sirenen. Die will ich gleich auch noch gerne bekämpfen. Jetzt verrecke die ihr beide. Reicht Magie? Nee. Die haltet sich irgendwie deutlich mehr aus. Interessant. So. Ja, aber nach Batman werde ich mir erstmal... Also erstmal muss ich das natürlich platiniere. Ich muss das auch nochmal schwer durchspielen. Hab ich eigentlich auch ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Mal sogar ernsthaft. Weil das Spiel war schon echt cool. Aber erstmal die ganzen Challenges machen. Und dann nochmal einen schweren Durchgang wagen. Und danach wollte ich, äh, mal ein altes Spiel wieder zocken. Und zwar Wolfenstein 3D für PZ3. Als ich mir irgendwann mal aus dem US-Store geschossen, als es im Angebot war. So. Hey, wo ist er denn? Ach, guck mal. Ach. Ausgeglichen. Ich dachte, du fliegst durch die Gegend, Junge. Wenn ich immer so einen geilen Move mache. Ich mag den Weg. Au. Ui. Schön mit der Welle mitgeschwungen. Der eine ist tot. Und der andere auch. Passt rein. Brauchst du jemanden ohne Fahrschein? Oh ja. Oh ja. Au. 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 Ich will keinen Geekse kaufen. Das ist so schlecht. Fünf Schläge halt nie aus, ne? Richtig erbärmlich. Ah, so langsam kommen wir in die richtige Richtung. Ah, wir kämpfen uns jetzt quasi rückwärts durch. Jetzt raffe ich das endlich mal. Das ist Fire. Ja, hier haben wir die, äh, Orakelbraut von Omia gerettet. Kann ich mich mal daran erinnern. Ja, komm, speichern wir nochmal ab. Bridge of Hades. Bitch of Hades. Dankeschön. Ah ne, warte, wir können aber... Ah ne, er hat zwei Minuten zum Speichern. Sorry. Aha. Kommt da noch was? Ne, okay. Ah, Orakel tot. Ja, oder fast tot, sie ist noch nicht gestorben. Ausgeben wir nochmal fette Landung, rote, rote Orbs. Und eh jetzt mal von die Mutter. Hey, mal dran denken. Das ist ein gutes Spiel. So. Ähm, den nehmen wir. Der klingelt echt noch voll geil. Wenn nur die Artemis klingen. Oder Artemis. Artemis? Arte. Strongest Base Attack und Strongest Charge Attack. Mega. So, Freundchen. Wo bist du? Kratos hat den Deserten von Lost Souls verletzt, bestiert die schrecklichen Trappen von Pandora's Temple, und eskert Hades selbst. Es gab nur noch eine Aufgabe. Seuss! Seuss! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos. Returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me? The god of war? After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you beg me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned. To kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Your final lesson is at hand. Okay. Gut, dass ich nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Au. Aber es werden mir rausfinden, da bin ich mir sicher. Ich muss aber erstmal die, äh, Attacken wieder raffen von denen. Das war echt ganz geil. Ich bin echt perfekt ausgewichen. Ja. Ach. Und hier wurde ich so oft früher gefragt, ähm, ob ich nicht auf einen einfachen Modus wechseln wollen würde. Oh, alter. Wie, 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 die, wie, die, 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 die. Alter. Nicht schlecht. Auch bei den Flaming-Scheiß hier. Ah, okay, hat er geblockt. War gut gemacht. Jetzt brennt er wieder. Da komm ich nicht drum rum, ne? Boah. Ich muss ja sagen, ich kann ja auch nicht viel machen. Ich weiß, ob ich das blocken kann. Oh, ich hab wieder Magie. Das ist gut. Komm, gib deine Scheiße. Ey, was ist überhaupt mit Kombus? Uncool. Okay, muss ich zweimal blocken. Ah, fuck. Oh, gib mir Energie. Ich brauche Energie. Dankeschön. Was tust du überhaupt damit? Ähm. Ich hab keine Ahnung, was ihr tut. Alter. Daneben. Komm, einmal können wir noch machen. Das ist ja, glaube ich, sowieso schon so gut tun, oder? Jawohl. Komm, weiß. Ich muss mich machen. Also, ich hab so wenig Zeit gehabt, ne? Das ist unfassbar. Warte, wie viel Energie hast du jetzt wieder? Okay, jetzt mal Kreis rücken. Wir haben so Kreis. Krankenwagen draußen. Vielleicht hört ihr es? Ah, okay. Nach dem Kreis rücken, also nochmal was anderes. Das ist okay. Holla, jeweils fehl. Der aufsteht zu regenerieren, du Sack. Mann, du auf der Welt, hab ich gesagt. Okay, Kreis. Kreis. Und dann? X. Okay. X. Wie viel rote Seele ich bekommen hab, ne? Ich habe dir viele Möglichkeiten, um immortale Krater zu töten. Fleisch, das brennt. Kacke, das brennt. Aber um einen Mann zu töten, ist zu wirklich Pressen. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past ten years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods. Can this be real? Danny! Ares! There is nothing you can put in my way to stop me! I will save my family! I have to be stressed. I feel like I have to be stressed. Like at the time limit. Then go ahead! Let me go ahead and play! I will play with you! But in the end, that is really wild. We will have to be very great as well. We will have to be able to save. But that's why we're going to win. That's why we're going to win! But I'll get you right now! I'll get you right now! I can't do it! Okay, I'll get you right now! Okay, I'll get you right now! Now I can't even fight for you! I'm so bad in the game! Oh fuck! Yeah, I'm just gonna get the blood under the feet. I'm sure I'm doing my way to get off it. I'm sure I'll get you right now! I can't do it! 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 Arme. Ist vielleicht zwischendurch auch mal ganz angebracht. Ist aber auch richtig scheiße, wenn die direkt neben mir spawnen, ne? Dann geh ich nach. Oh, das ist perfekt. Wenn die anfangen zu spawnen, direkt dann alle wegkauen. Nein, der Stab ist, glaube ich, schon ein bisschen besser als gerade. Ich weiß auch nicht, ob ich das eine bestimmte Zeit durchhalten muss oder ob ich eine bestimmte Anzahl einen Gegner kaputt machen muss. Das weiß ich jetzt nicht. Das Motiv ist jetzt natürlich auch wobei ich gar nicht so schlecht und schön über sich gegeben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich meine Energie dann hergebe, um meine Familie zu schützen. Aber es ist ja. Ja, ne? Oh, Alter, du kleines Atem. Du hast mich in Ruhe. Du hast mich in Ruhe. Der hat mich schon wieder runtergebumst. Äh, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich hab echt beim Let's Play bei jeder Stelle, wo ich damals auch nur den Hauch eines Problems hatte, hab ich hier auch, ne? Das ist unfassbar. Also das ist meine komplette God of War 1 Karriere. Lebe ich hier gerade noch mal durch. Ob ich das eine Problem beim ersten Spiel auf hatte und das zweite beim zweiten. Und hier hab ich alles vereint. Das ist jetzt, weil es halb so wild, ne? Aber muss ja nicht sein. Ich will auch noch was gut machen. Hör auf zu leben. Geht mir nicht auf den Sack. Fick dich! Mein Gott. Du kleiner Wichser. Ich geh' ich krieg's nicht hin, ne? Also ich weiß nicht, wie gut man sein muss, um seine Familie zu beschützen. Aber das, was ich hier gerade mache, ist ja wohl allerletzte Kanone, oder? Ja. Aber manchmal läuft es manchmal einfach nicht. Ich hasse es, wenn ich sowas nicht erklären kann. Also wenn ich nicht weiß, was ich falsch mache. Nichts Positionierungsscheiß, aber die Spawn einfach für mich kacke. Und meine Strategie. Und wenn ich einfach kämpfe, ne? Manchmal knapp ist halt super. Ne? Da drück ich mir manchmal so ein Spacko an der Seite. Okay, das ist mir jetzt scheißegal. Ich brauch mal kurz Hilfe. Ihr, halle Hilfe, nochmal bitte. Okay, ja. Ich werd' meine Energie in ihre umwandeln. Ist doch in Ordnung. Warum haben die dahinter ich Hadesbüße? Das will mir interessieren. Jemals. Hört auf, mich immer runterzubummeln, ihr Schwein. Meine ganze Energie ist gleich schon wieder weg. Jetzt hab ich da vorher anders gemacht. Das ist... Also nicht früher, sondern eigentlich beim letzten Spiele durch Gag vor acht Jahren. Dabei auch nicht so lange her, Mensch. Meint, da hinten? Okay, ne? Das ist eine Sache. Ja, mal ein bisschen zurück hier noch. Ich spawne hier. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein Problem, dass ich das hier hingehoben hab. Meine Fresse. Sterbt doch einfach. Sterbt, hab ich gesagt. Wagt jetzt ja nicht, mich zu korrigieren. Ja. Das ist ja nicht, mich zu korrigieren.